so einen neuen fall gedanken zackt heute spielen wir fit and grow dem spiel geht es darum dass man hier viele fische hat und die kosten halt coins aber ich habe davor schon ein bisschen gespielt und ja ich könnte mir jetzt eigentlich auch schon einen tiger shark kaufen aber ich mache es jetzt nicht die fangen mit dem bei was an und starten dann halt auch und die kreis bekommen man halt ähm dadurch wenn man ja fleisch ist oder auch nicht auch ein paar Pflanzen und so so Level 2 und wir werden auch größer mit den Leveln ähm und machen natürlich auch mehr Schaden und und immerhin sind halt so riesig dass wir das ganze Meer beherrschen quasi ich fange jetzt erst mal an hier mit den ganzen Pflanzen das Tier zu essen erst mal ein bisschen stärker zu werden los los hier war ach ja hier hier ist noch eine Pflanze und ich bin dann gleich Level 5 und dann kann ich vielleicht auch schon irgendwo anders und schwimmen so und jetzt kann ich mal versuchen andere Fische zu töten das sind grad etwas größere Leute von von meiner Rasse oh das ist ein großer Fisch oh hier liegt ein großer großer oh Gott und jetzt sind wir halt tot super mh 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 können wir den da töten wohl ne der kann mich doch bestimmt einsaugen oder so ich nehme jetzt einfach mal den hier äh bring ihn hier nach oben an die Oberfläche weil dann werden die Fische auch zu Fleisch und dass wir schon mal oben sind das ist eigentlich relativ selten und dann kann ich halt mein Fleisch schön genießen und schön Level Up schön Level Up bekommen ah ja hier ist der wo so wieder nach oben mit ihm so Level Up sehr cool noch ein Level Up klar weiß das Fleisch so so alles essen dann fühle ich halt auch gleich mal ins Hauptteil des Meeres denn ähm ähm ziemlich schön schon relativ groß und ich werde jetzt einfach mal den hier töten los beiß ihn doch so vier fünf fünf und der ist tot so schön das ganze Fleisch essen und schauen was hier noch so alles schön rumschwimmt oh Gott der ist ja mal riesig mit dem sollten wir uns glaube ich nicht anlegen das sterben wir ja eh nur wir schauen mal ob wir hier irgendwo einen Fisch finden den wir töten könnten oder wo wir halt eine Chance hätten da ist wieder so einer ah ah den hier können wir essen der feuer war relativ cool aus ähm schwimmen wir hier direkt mal weiter da ist ein größerer Barracuda und der ich will gar nicht wissen 14 Damage aber er ist schon tot weil mein Freund mir geholfen hat und mir alles weg ist danke sehr nett oh mein Gott der war ja mal riesig ein riesen Schwertfisch bei dem Schwertfisch der hat auch eine ganz besondere Fähigkeit wenn da einen mit dem Schwert trifft das macht auch noch mal extra Schaden aber nicht allzu viel ähm hier haben wir auch wieder einen schönen Fisch an der Angel und und zermampfen ihn und essen ihn oh das hat eine Krabbe gespawnt und die essen wir auch mal können wir eigentlich ganz gut sein und ja jetzt sind wir Level 18 sind leider noch deutlich kleiner als der Typ da und können jetzt halt auch schon mit etwas größeren Fischen mithalten also jetzt mit dem Fisch da jetzt wahrscheinlich nicht ähm oh mein Gott ist der tot? der ist echt tot aber da unten ist der soll ich jetzt riskieren? ich machs ich machs ich machs bring ihn nach oben und er ist gleich da Eieiei der bringt aber viel Fleisch bumm die stehen so jetzt sind wir schon groß was ist das hier bitte für den Fisch? aber es ist egal wir werden ihn auch zerfleischen und dann alles einsammeln und dann stärker werden als ob der große Schwertfisch den wir da vorher gesehen haben jetzt gerade durch irgendwas gestorben ist den können wir uns jetzt schön reinziehen und ja werden natürlich auch deutlich größer ja wir dürften schon deutlich größer sein auf jeden Fall ich mich mit dem anlegen soll aber ich glaube nicht nein mit dem da kann ich mich anlegen den kann ich töten der flieht ja sogar von mir so so noch ein paar mal und der ist dann gleich tot der ist auch schon tot ja so ein Hai hat halt gerade keine Chance gegen mich ja wo ist denn der jetzt? hm ach hier ist er ähm den und er ist tot ich filme jetzt mal wieder ins Mittelmeer und würde dann so ein bisschen ein paar Leute töten das würde auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß machen oder einfach mit Rechtsklick die Drücktheiten hier durchschwimmen dann alles einsorgen was hier kommt was hier oh mein Gott was ein Fisch hat den denn jetzt grad getötet? die sind nicht so groß ich glaub das jetzt grad nicht ähm wo ist jetzt hier nochmal dieser Hai der hier vorher rumgeschoben ist und den würde ich jetzt ziemlich gerne töten wo schwimmt denn der? keine Ahnung und wenn ich den das nächste Mal sehe und wenn ich den das nächste Mal sehe werde ich ihn angreifen ich will mich einfach mal hier rüber was gibt es hier so? oh mein Gott was ist das denn für ein riesiges Ding das Ding werde ich jetzt ist das nicht der andere Hai von grad eben den ich angreifen wollte ja ist es und der ist echt relativ schwach und wir haben ihn jetzt schon getötet sorry was auch immer das ist werden wir jetzt auch töten man das ist auch schon tot das geht ja echt richtig leicht war hier vorher nicht noch irgendein anderes Viech oh Gott man hat mich das grad erschrocken und das Viech ist auch schon tot ähm ich riskiere jetzt einfach mal den da anzugreifen und den eventuell sogar auch zu töten was ich nicht glaube los er hat noch keinen Damage an mir gemacht kann er ja auch noch nicht ist er tot? ja er ist tot ist ja krass der andere kommt ob ich ihn auch töten kann ich machs jetzt einfach mal oh mein der ist auch tot ich weiß ihn noch die ganze Zeit gar nicht ah ich seh noch kurz den hier und hiermit beende ich das Video lass ein Abo und ein Like da bis zum nächsten Mal Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.